so das heißt jetzt hatten wir eine stadt dann kommt jetzt eher ein wald dran oder fix wie nix ich mache gerade nur small talk und bewerbe meinen youtube-kanal bitte abonnieren das wäre im chat verstehe ich habe keine ahnung was wir nehmen können ich habe so viele maps und du kannst mir nicht mal helfe meine auszusuchen ich will eine wo die bäume gibt und schreibe mal bäume und leiter oh man das gibt es auf jeder map okay und dann noch gerne ein schönes geiles auto ein auto okay dann spielen wir slenderman genau das wirklich ich dachte jetzt okay ja oh ja haben jetzt nicht sicher so moment ich muss noch eine andere waffe nehmen dass ich nicht immer dasselbe habe dann und dann würde ich sagen geht es los wir haben jetzt alle schön auf uns gewartet während wir afk waren aufnahmen checken ich bin sehr brave leute ach so ich habe gar nicht den chat gelesen was du hier für krumme dinge von dir gibst ich habe nichts gemacht wo bist du mit vitano lädt noch ja ich hab's nicht verstanden ich meine ich dachte ich bin ihr ready schon okay jetzt bin ich wieder da ja er lädt noch bin ich da er lädt noch wo bist du bin ganz hinten noch ich muss erst aufholen du bist sie aufholjagd ich bin auch hinter dir startet oder sind die gegner das gibt ihnen du musst immer so zwischen den bäumen hervorschauen ich war stehen dahinten das afk wo gibt ihm das gar nicht der afk hat sich nur afk gestellt oder ich habe in einer bekommen das 100 double kill das 200 oh mein gott er überholt mich gleich ich finde ich meine ich nenne dich ja so privat nicht getan und auch im video nicht aber es kommt so komisch wenn ich daniel sage und du daniel sagst weil wir heißen ja beide irgendwie daniel aber ich werde dich trotzdem nicht getan und nennen sondern nur so wenn ich irgendwas allgemein erkläre für die zu sehr aber du bist du bist der daniel also nur dass es jeder weiß erst getan erst nicht getan also heißt schon getan moment kann ich eigentlich noch mehr verwirrende sachen von mir geben meine mutter hat nicht getan und getauft und damit auch wichtig dass der namen vetano also ich bin der daniel erster daniel und gemeinsam seien doppel d doppel d doppel d das gibt freude wo wir nicht dann oder nicht dann schöner double kill alter du hast so richtig nen fetten score du du holst mich gleich und das ist so richtig erbärmlich für mich so hattest du wieder nen doppel kill oder was ja vorher grad oha oh ich habe einen pick and win coin den dürftest du auch bald bekommen man erhält nämlich so oder wie ja wenn man 50 minuten oder eine stunde das wird geändert die unterhosen dann bekommt man einen coin zweimal am tag schon wieder der typ mit der armbrust du bist mein erzfeind das spielt das spielt eine stunde und hat schon den erzfeind so schnell kann es gehen so ist das bei mir okay warte ich gebe dir ich gebe der brustdeckung was ja du bist vor ich gehe sicher nicht vor und du gibst mir rückendeckung auch hier ist es worden von denen das sind ganz viele oder seiner oder sind drei gibt mir support achten das sind drei ja mal ein von hinten ich habe machen abflug und dann war ich irgendwie verwirrt weil die granaten sind nicht so der börner die du hast wieso nicht naja das nicht irgendwie so ein hit ein kill bei denen nicht normal schon aber nicht bei den anfangsgranaten die anker die anfangsgranaten sind so ein hit ein hp also in etwa übertrieben gesagt der will mich der will mich der will mich bist du wie viele sind drei bist du willig hast du auch drei gegen einen um mich zu schlagen du bist einfach op du bist einfach op aber wieso laufen immer zu dritt deine spiel hat nervöse zuckungen der wechselt immer hier so mit den waffen ja ich auch aber eigentlich mit kuh geht das ganz schnell ach so cool ja stimmt mit einer kuh geht das ganz schnell gibt doch gut milch ist gesund außerdem ist laktoseintolerant zum beispiel was ja angeblich 30 prozent aller europäer sind im gewissen maße bei den asiaten sind es noch mehr oh ja ja so sind die gegner was ich sehe keinen jetzt ist schon vorbei ok passt du hast nein du bist aber hey du hast schon wieder ein level ab in level 4 power level guide hier ja jetzt kannst du mal jetzt kannst du mal ins inventar gehen dann klickst du links unten den koffer an items im loadout zu ordnen und dann kannst du bei aktionsleiste die tränke rein tun die du bekommen hast im pick and win und da kannst du dir eine taste aussuchen da habe ich einige ja du kannst du kannst alle nehmen alles was du hast verteilt das auf vbn und dann kannst du dich prozent fp bonus das wenn du das in einer runde einsetzt bekommst du für diese runde die doppelten fp aber das sollte man dann lange bienen farm runde machen was nicht bei allen so gerne gesehen ist also das könntest du dir noch aufheben oder je nachdem wie lange du noch vor hast hier brickforce zu spielen ich würde einfach mal ein bisschen ein paar sachen reinlegen und passt schon so metano op oder ich hätte eine map da geht es richtig zur sache eine kleine map wo man immer sofort einen gegner findet was hältst du davon das könnte zwar in die hose gehen aber mir ist es egal also ich bin für alles zu haben wie komme ich da wieder zurück paintball heißt die map erstmal das x anklicken und dann den pfeil links oben ich bin schon wieder da ok moment ich nehme noch eine krasse waffe locust fünf und es geht los so da hast du die map ist echt so klein da hast du sofort einen gegner also sei gefasst yo ich bin dabei entweder du hältst dich hinten auf und staubst dann ab oder keine ahnung ich rasche ich rasche wie ein echter russe 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 munster kill vernichtung setz den ulti ein ich habe schon getötet aber jetzt bin ich auch tot betano mach ulti du hast 1 1 1 und nen score von 111 also irgendwas hast du heute für magische zahlen das ist nicht gut nein das ist gut nicht gut das ist sogar sehr gut nicht mehr wusste mir wusste schon sehr viele keine granaten granaten sind für weiche eier deswegen sind es doch eier ja so in etwa gib ihnen hast du noch ein kill du musst mich am laufenden halten ich will jeden kill von dir feiern ich habe keine muni mehr jetzt nicht so viele kills hier aber gegner gibt es viele wir auf paar granaten kommen tue es spring über deinen schatten keksbanane hat einen granaten kill und ich nicht das muss sich ändern wir auf mehr granaten oder für mich eine für dich auch für mich noch mal das ist unfair oh ja mit meiner rüstung nicht ein one hit opfer ich kann nicht irgendwie hinter die leute kommen weil ich habe ich glaube so klein ist auf großen maps wo du taktisch spielen kannst hast du einen vorteil weil du bist gar nicht so schlechte fehlt nur die waffe es ist immer so so jetzt kommen gemeinsam blockieren nicht gemeinsam schaffen wir das nicht um ein kill oh ja nice one noch einer lade nach ach dann bin ich ganz sicher links hinten wo ich verstehe die map nicht sie ist so groß sie ist zu groß und kompliziert macht das schon hilfe jetzt endlich dauernd endlich wer jetzt ich dann nicht ich bin ich mit mir oder gegen 15 kills bitte das ist nice one da geht die pari ab auf der map ich habe überlebt haha keksbanane noch mal doppel kill mit granaten so oder top hat level ab der dich die ganze zeit immer nervt dein erzfeind nummer eins ja denn wenn wir das level wieder wegnehmen das passt so nicht wie machst du das mit steuerung alt entfernen ich dachte alte vier moment ich muss mal als plus f4 für free tokens betano hat bei dir geklappt komm spiel mit komm mach mit nice betano macht noch mal gibt 5000 4000 ich dachte jetzt schon ich auch brain black ok und eine runde geht noch eine runde geht noch bevor wir hier noch mehr leute mobben würde ich sagen starten wir noch eine runde warte mal ich habe obwohl dies doof anzusehen beschreibe wieder deine traum map die du gerade gerne hättest ein schönes geiles auto eine rauchfang muss auch zu sehen sein was hast du mit deinem auto ja ich stehe auf autos ich bin ziemlich der warte ich habe was wir nehmen eine weihnachtsmap ja genau ist ja schon bald wieder weihnachten in den monaten aber ich bin überrascht dass niemand reingefallen ist auf unseren genialen hinterhältigen plan das kann nicht immer funktionieren vielleicht vielleicht das nächste mal oder auf den beginnerserbern aber ja da würde es da wird es bestimmt funktionieren so moment da kannst du jetzt taktisch warten in irgendeinem haus du bist sogar schon oben in einem haus irgendwo du kannst auf ein auf ein dach du kannst irgendwie rausgehen und von oben sind sie ja ich bin schon oben von oben kannst du taktisch warten oder taktisch sterben das problem ist halt die sind zu weit weg und ich habe keine waffen mit recht also ja okay das stimmt auch oder du gehst zum gegner spawn der war genau in der richtung von wo die kamen und verkämst dich wartest dort taktisch in dem haus ich rasch die base ich brauche deckung also du mir deckung leute du rasch die base und skrillex droppt die base oder sind drei leute wir sind ja wenn das einer geheimen mission die base zu droppen banane und ich wer hat die regel die regeln aber meine periode deswegen waren ja gerade rote blöcke das wird ja immer schlimmer hier mit den schlägern alle vor keks banane ich dachte du hast man wo ich dachte du hast mich ich habe euch abgeschauten hat man jetzt kann ich vordrücken und dann bin ich geheilt genau du bist nicht nur tank du bist die lach ich bin ja tank du bist dd dd und hieler das sind die gegner gib ihm da sind die gegner lebst du noch ordnet nicht schon die karate waren stirbt er endlich jetzt ist er dort nice aber wie er liegt am boden was das klingt nicht gut im gegner spawn oh mein gott agent agent warum heißt du eigentlich vertanolol bist du laughing out loud oder nö vertan war schon besetzt aber hast du schon im bric force leute die deinen namen klauen das finde ich überhaupt mal krass es gibt sogar vertan 2.0 oder so in bric force in bric force irgendwann mal geschrieben ich habe hier jemanden gesehen der heißt vertan 2.0 bist dass du und ich habe kein bric force account als wichtig ok aber den namen hast du ja praktisch erfunden oder jo habe ich wobei mittlerweile gibt es irgendwie schon ein paar komische mexikanische spanische accounts die auch so heißen aha ich will ja gar nicht wissen wo du dich so um treibst ja da gibt es da habe ich die letztens gelingt diesen nickname ach so der typ da ich weiß schon ja nicht und pur das war die rache für vorher und er kennt sich selbst wo bin ich wo bin ich die stelle ist gut bleibt dort die stelle ist gut aber ich glaube also ich komme nicht mehr rein ich kann mich nicht hin hocken nein das geht nicht jetzt durch er hat meinen camp spot gefunden wollte lp der wollte sich rächen ja ich habe noch nicht getötet glaube ich das ist doch 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 das war er doch das war der typ wo du gesagt hast geht da und endlich da ja das war der typ ich merke mir den namen nicht ich bin da irgendwie du musst ja nur die outfits merken die sehen ja alle ziemlich lustig aus oder kämpft ihr der agent kämpft hier jetzt soll jetzt ans eingemachte erwartet taktisch camper darf man ja nicht sagen das sind alles taktische warte und die schimmeln nicht in der ecke sondern die warten einfach nur die warten warten auf bessere zeiten das war wieder eine armbrust du musst du musst immer rumflamen du musst sagen nein schon wieder mit der armbrust alle snoops und du musst dann mal kurz was machst du wo bist du wieso lachst du so ich habe schon mal den chat ach so lakker genau die typischen die typischen wörter die da immer kommen lakker kann man auch du musst mal was wollte ich sagen genau du musst da noch ein paar ausreden bringen so ich bin nicht eingespielt und ich spiele gerade mit schwarzem bildschirm ich sehe drüben was man das ist die kirche was machst du dort bringt überhaupt nichts irgendwie schießt da einmal weil dort vorher geht nicht auf die entfernung ja das stimmt aber bist du nach oben ich will runter ich traue mich nicht springen jolo rest in peace mit anu ich verklopfte ich weg keksbanane fragt ich gerade ob du einen keks haben möchtest ein weiterer win jetzt war ich letzter in der map das war nicht so gut okay dass das schneiden wir raus denn wir dürfen nur gute sachen ja wegen dem wegen dem score der score zählt immer ach so okay das heißt du kannst null kills haben und trotzdem den höchsten score dann bist du erster und ein hacker wahrscheinlich und ein hacker und das sowieso genau so läuft das okay also alte 4 hat leider keiner gedrückt trotzdem waren es wieder lustige runden und dann geht es bestimmt auch beim nächsten mal weiter oder ich stimme zu spiele